Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es soll nur ein kleines Infovideo sein. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also es ist so Leute, wie ihr sicherlich gemerkt habt, habe ich jetzt. Moment, ich gucke einfach gleich mal nach. Ich habe derzeit 426 Abonnenten und wenn ich hier in meinen Videomanager klicke, haben meine Videos zum Beispiel, mein letztes, das habe ich zwar gestern veröffentlicht, bitte Leute, das hat 5 Aufrufe, das eine Video hat 8 Aufrufe, dann sind Videos dabei mit 16 Aufrufen, mit 26 Aufrufen, mit 35 Aufrufen, mit 14 Aufrufen, mit 31 Aufrufe. Leute, es ist einfach ein bisschen schwer, ja. Es ist, man muss sich auf YouTube irgendwie meiner Meinung nach durchsetzen. Und es ist einfach, es kommt von euch zwar sehr vieles Positives, aber es kommt von manchen einfach gar nichts. Nichts Positives, nichts Negatives, sondern gar nichts. Und das ist für mich irgendwie so ein Schlag ins Gesicht, weil ich mir denke, ich gebe mir richtig Mühe bei meinen Videos, Leute. Ich nehme teilweise über zwei Stunden auf, damit ich eine ordentliche Endergames-Runde für euch habe. Mach sofort ein Infovideo, wenn heute mal kein Video kommt, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Versuche wirklich jetzt jeden Tag zwei Videos hochzuladen, das ist einfach so anstrengend. Das wisst ihr gar nicht, Leute. Und da finde ich das schon ein bisschen schade, dass einfach nicht bewertet wird. Oder dass generell, ja, Leute, wenn ihr einfach meine Videos nicht guckt, ja, dann bitte deabonniert mich einfach. Ich habe da wirklich nichts gegen. Jeder Mensch kann den YouTuber gucken, den er gerne hat. Wenn es ich nicht bin, dann ist es irgendjemand anderes, der freut sich dann sicher. Aber bitte, Leute, wenn ihr mich nicht guckt, dann deabonniert mich einfach, ja. Es ist einfach für mich überhaupt kein Problem, wenn ich jetzt hier mit zehn Abonnenten weitermache oder mit fünf Millionen oder mit 400. Denn ich möchte nur ein paar Abonnenten haben, die aber dann auch aktiv sind, ja. Es müssen nicht tausende sein. Aber ich möchte wenigstens die paar Aktiven haben, die dann auch in der Liste stehen, dass die aktiv sind und keine Leute, die mich abonniert haben, damals wegen Ungespielts-Best-Offs, ja. Natürlich werden noch Best-Offs von ihm kommen. Da ist auch gerade eines in Arbeit. Aber, Leute, wenn ihr mich nur deswegen abonniert habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich deabonnieren würdet, wenn ihr meine anderen Videos nicht guckt. Denn davon habe ich nichts. Es gibt genügend Best-Off-Macher-Kanäle, die nur Best-Offs machen. Die könnt ihr dann auch ganz gerne abonnieren. Ich danke wirklich den Simon sehr. Er hat mir ein bisschen dadurch Aufmerksamkeit geschenkt. Es sind ein paar Leute rübergekommen, die auch dann jetzt meine Videos aktiv gucken. Aber es ist einfach so, dass nicht viele dann auch aktiv sind. Die sind einfach tot. Und deswegen werde ich auch in den Titel irgendwas schreiben, was dazu spoilert überhaupt oder dazu andrängt, auf das Video zu klicken. Denn das ist mir wirklich extremst wichtig, weil ich möchte einfach keine so viele toten Abonnenten haben. Das war auch ein Grund, dass ich meinen alten Kanal gewechselt habe, weil einfach ein paar tote Abonnenten waren, wo ich sage, das möchte ich einfach nicht. Ich möchte aktive Abonnenten haben und wenn es keine aktiven sind, dann sollen die anderen mich deabonnieren. Das mache ich doch auch. Ich abonniere doch keine YouTuber, die ich dann nicht schaue. Die sind dann in der Abo-Box und ich scrolle immer weiter. Das macht doch keinen Sinn. Und deshalb, Leute, bitte deabonniert mich, wenn ihr mich wirklich nicht guckt. Das ist wirklich eure Entscheidung. Keiner zwingt euch dazu, meine Videos zu gucken. Und schon gar nicht die Personen, die dann vielleicht irgendwie disliken müssen oder irgendwas. Leute, ihr geht mir sowieso sowas am Sack vorbei, weil ihr wisst gar nicht, wie viel Mühe ich mir hier mit den Videos gebe. Und wenn dann teilweise nur gar, also wenn einfach nichts zurückkommt, dann ist das ein bisschen schade. Denn ich mache die Videos eigentlich mit viel Herz und mit viel Anstrengung. Und ja, teilweise wissen manche Leute einfach nicht, wie viel Arbeit überhaupt in so einem Video steckt. Das sind nicht nur mal 5 Minuten aufgenommen und 10 Minuten hochgeladen. Nee, das sind vielleicht eine Stunde lang aufgenommen, dann eine Stunde lang gerendert. Dann weiß nicht, wie viel, wie viele Stunden lang hochgeladen. Und wenn es dann online ist, hat es dann lächerliche 26 Aufrufe. Und das muss ich sagen. Ich meine, das ist jetzt 4 Tage online zum Beispiel, das Minecraft Enderkit-Serien-Dieb und hat einfach 26 Aufrufe, wo ich mir denke, das ist bei 400 Abonnenten schon sehr, sehr wenig. Ich bin euch einfach mega dankbar, aber deabonniert mich einfach, wenn ihr mich nicht guckt. Das wollte ich euch damit einfach nur sagen. Denn mich nimmt das so ein bisschen, mir nimmt das so ein bisschen die Lust weg, ja. Mich muntert das auf, wenn ich eure Kommentare lese, wenn ihr liked, wenn ihr einfach bewertet und zeigt, ja, das Video ist gut, ja. Sowas, ich möchte kein Geld von YouTube. Ich möchte einfach nur euren Dank dafür haben. Ich möchte einfach nur positive oder generell Rückmeldung zu meinen Videos. Weil das ist das, was ich als YouTuber möchte. Ich möchte kein Geld oder sonst irgendwas, ja. Ähm, so wie das viele andere vielleicht machen. Ähm, und ja, Leute, wie gesagt, ihr wisst jetzt Bescheid. Im Hintergrund wird wahrscheinlich nur mal ein Banner oder irgendwas sein. Auf jeden Fall haut rein. Ähm, wir sehen uns dann beim nächsten Video und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020